Ich stehe hier vor der schwedischen Botschaft in Köln, weil ich habe nämlich ein bisschen Heimweh und darum muss ich ja jetzt dahin gehen. Max 30 Kilo? Wer ist Max? Schwerisch für Einfänger. Kallax? Ein kleines schwedisches Stadt. Gröne? Grüne Inseln. Malm? Ein Art von Holz. Und jetzt der Freistoß gegen Schweden in der letzten Minute und Tor! Und bevor meine Köttbullar jetzt gleich richtig schön an... Mal in der Wiederholung, weil es so schön war. Wow! Die Späten werden so zerstört! Jetzt haben wir beide noch mal wieder. Die Späten werden so zerstört. Ach, der ist so zerstört. Die Späten! Und das ist so. Ich habe den Späten! Alles leert, fürs Einkaufen. Guten! Guten Appetit! Guten Appetit! Mahlzeit! Hey Barkeeper, noch eine Cola? Entschuldigung, da ist dein Haar in meiner Suppe! Oh mein Gott, ist das für dein Liter? Oh, wow! Zeig bitte! Ja, Mama, ja, ska! Der Bross am Apparat! Ja! Was machst du denn? Nee! Warum hast du mein Album nicht gepostet? Aha! Nee, Julia, ich hab gesagt, du darfst dir einen Tettibär aussuchen! Ein? Julia, nee, leg die zurück! Ich kann das nicht bezahlen, Julia, leg die zurück! Ey, du kommst jetzt hier hin oder du kriegst Hausarrest für den Rest des Monats! Die kleine Julia möchte bitte aus dem Smarland abgeholt werden! Ich wiederhole, die kleine Julia möchte bitte aus dem Smarland abgeholt werden! des Mischungen zum Schwiónen Oh, dieser Kuh! Hier wieder! Uh, Kudlihuhun! Kudlihuhu! Uh, da gulli, kudli, kudlihund! Ch complimentary! Ein bisschen Privatsphäre, bitte! Sch subscriptions! Kudli, kudlihund! Uh, du de Kudlihund... Glücklich!